Er pfeift, der Elfmeter. Der überpasst. Das macht er gut. Er zieht ab. Und das Tor. Und jetzt ein Zweikampf. Da kommt der Schuss. Und er trifft. Fällt jetzt das Tor. Volles Risiko. Und den kann er nicht halten, obwohl er noch dran war. Da schießt er. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ecke. Jetzt wird's gefährlich.